Aus diesem Anlass darf ich Sie heute sehr herzlich begrüßen zu einer Mexikon-Konferenz. Wir freuen uns jetzt sehr, dass wir mit dem Marco jetzt für zwei Reif längern konnten. Das heißt, er ist weiter eines unserer ganz zentralen Unica-Ski-Testimonials. Wir werden mit dem blauen Helm auch die kommenden Saisonen bestreiten und das freut uns extrem, weil er aufgrund seiner Erfolge auch der letzten Saison und der Jahre davor ein ganz wichtiger Bestandteil auch für Unica geworden ist. Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass die Unica die Partnerschaft sowohl mit dem Marco Schwarz, aber auch die jahrzehntelange Partnerschaft mit dem ÖSV in dieser Form hat. Das ist natürlich richtig cool, jetzt bin ich seit 2017 in der Unica-Familie. Es hat natürlich eine große Geschichte schon, es ist eine große Ehre und es ist natürlich sehr cool, dass ich mich auf meinen Sport konzentrieren kann und das ist auch das Wichtigste. .